Ich bin Nico Schmed, ich bin 23 Jahre alt und ich konnte jetzt vor ein paar Tagen wieder in mein Elternhaus zurückzügeln. Das Elternhaus in Weggis, unser Sonnenhäuschen, ist ein paar Monate lang umgebaut worden und bis auf die Umgebungsarbeiten sind jetzt alle Arbeiten soweit abgeschlossen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020